Drei Wochen vor dem Start der ersten Wasserball-Bundesliga scheint das Team vom OSC Potsdam in guter Form zu sein. Beim Huber Cup am vergangenen Wochenende in der eigenen Halle am Brauhausberg setzten sich die Jungs von Trainer André Laube gegen die Konkurrenz alles Erstliga-Vereine erfolgreich durch und gewannen schließlich mit 8 zu 0 Punkten das Turnier. Los geht es für den OSC in der Bundesliga am 14. November zu Hause gegen Uerdingen.